Musik Das Eisenstädter Top-Bauunternehmen Welt & Franke widmet Ihnen die Spiele des ASV Siegendorf. Nach dem Cup-Hit in Mattesburg kommt es nur wenige Tage danach im BRC Sportpark von Siegendorf in Runde 25 in der Burglandliga zum vielleicht vorentscheidenden Spiel der Bellenführer Siegendorf in Rot gegen den SC Herz-Binkerfeld. Geleitet von einem prominenten Referee, nämlich von Ex-Bundesliga-Skire Roland Braunschmidt. Nach der Gedenkminute an das Siegendorfer Urgestein Freddy Golubitsch ist es für den ASV Siegendorf innerhalb einer Woche die dritte, nicht unbedeutende Partie. Den Pinkerfeldern merkt man an, dass sie sich in der Höhle des Löwen nicht ganz wohl fühlen. Zu zaghaft sind die ersten Aktionen der Südbunkländer. Die Skiland-Truppe allerdings von so manchen Feen, auch das rote Palett genannt, ist gleich am Drücker. Erste große Möglichkeit, Lukas Grotzurek kracht dabei allerdings mit Pinkerfels-Kipper Anti-Diridl zusammen. Aber nichts passiert. Ja und die Minute 19 bedient Zekko, seinen Kapitän Zekko. Cool macht das Zekko. Die Riddl ist geschlagen. Vielleicht ist der Tormann auch zu weit weggestanden, wie die Zeitlupeneinstellung hier zeigt. Ja und hier gleich nochmal alles in aller Ruhe. Die gesamte Szene, die Entstehung und dann das Tor. Das 1 zu 0 in Minute 19 gibt den Rätts natürlich Sicherheit und Auftrieb. Chance um Chance folgt nun. Allerdings verhindert auch Pinkerfels-Supergoal-Diridl da einiges. Der aber auch, Herz Pinkerfeld, kommt nun zu einigen Möglichkeiten, so durch David Korherr. Kurz darauf muss Anderleck das Spielfeld verlassen, hier von einigen Mannschaftskameraden gestützt. Für ihn kommt Denis Dolorov mit der Nummer 23 herein. Der mit einer weiteren Score-Möglichkeit für den ASV endet die Hälfte 1. Szabo hatte das 2 zu 0 vor den Beinen. Es bleibt aber beim 1 zu 0 und damit in die Pause und damit auch hinein ins Campo. Das Campo im Siegendorfer Einkaufszentrum, Intro. Mit Spezialitäten für jedermann. Im Campo, da kann man sich wohlfühlen nach dem Einkauf, da kann man abschalten oder ein gutes Eis essen. Das Campo ist ja der Eiskreisler Nummer 1 des Burgenlandes im Einkaufszentrum, Intro. Und es wird bei denen dieses Spitzenspiel. Der zweite Spielabschnitt beginnt, wie der erste geändert hat, nämlich mit einer weiteren Chance für Siegendorf. Doch man merkt den Siegendorfern die Strapazen der letzten Woche an. Siegendorfs plötzliche Schwäche macht Pinkerfeld stärker. Dadurch wird die Partie allerdings phasenweise auch noch recht spannend. Freistoß für die Blauen. Soliankic probiert es, aber da geht nichts. Da geht aber auch nichts mehr bei Siegendorf. Kante vergibt da Augenblicke vor dem Schlusspfiff die letzte große Möglichkeit auf einen höheren Sieg für Siegendorf. Aber Ende gut, alles gut für den ASV, der am 2. Juni ebenso im BFV-Kappfinale steht. Mit dem 1 zu 0 rückt der Titel näher und deshalb auch, weil nämlich Widersacher Bahndorf zu Hause gegen Klingenbach mit 0 zu 1 verloren hat.